so ja warte ich bin ausversehen in die lobby als gleich bin so leute ich komme zu einer neuen fortnite mit mit ich will nur so mit edis eidin und tarik ja ist so nach der nach der nach dieser runde mache ich auch live instagram und dann gleich am anfang können wir dann bitte könnt ihr dann bitte ein bisschen abwarten dass ich dann psn karte für lose ja ja dass du zu mir dass du bei mir zuschauen kannst okay ich hab dich schon gestern geschickt aber ob sie habe ich aussehen bei busfahrer bedankt sieh ich meine hänge gleich an leute hä ach so ja scheiße nicht sterben eigentlich sagte ich sterben ich geh gleich mal zum tue ich habe nicht ressort sondern hier diese große kiste weiß ja was soll ich denn machen ich habe zwei ich habe zwei von den chile ich habe mich schon aufgehoben ich habe mich schon aufgehoben ich versuche sie ja ich mache ich habe selber nur eine ja ich brauche die ich muss die tag hier liegt eine mini gun warte kann ich warte noch mal hier ja ja du kriegst sie mehr habe ich nicht ja wo auch interessiert keinen so mit dem scheiße immer das schießt mich ich wollte für einen stopp verhören müssen jetzt kannst du töten ich brauche nicht obwohl doch ich könnte gebrauchen oh scheiße bin ich hier bist du da bist du für was für was für das was du in der hand hältst hier oh scheiße oh scheiße jetzt bin ich ein hp ich komme ich töte ihn ein hp hatte was ich töte ihn erst mal nein der geht an uns was für ein hp das sind zwei warte wo bist du und ich ja ich mache ich für ich mache warte ich kann ich hier ein dinge kommen wir holen bevor er ausrastet dann genau beschützt mich achtung tage dort dort scheiße ich hasse dich fickt dich töte ihn ja was ist ja nimm mich ach von hinten dicke allen alles wegen dir fickt euch alles wegen dir Ufff.